Eine Arbeitsgruppe geht draußen an die Mauer und entfernt die Kistel und das Unkraut, was in der Mauer gibt. Die zweite Arbeitsgruppe, da könnt ihr wählen. Es gibt noch zwei Arbeiten. Eine Arbeit im Friedhof zu gehen oder über diese Städte zu gehen und das runtergefallene Holz einzusammeln und dort in diesen alten Westreich zu werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020